Okay guys, check this. Ich bin hier auf der Straße und hier sind immer verschiedene Straßenkünstler. Ich bin einer von denen, meine Karten. Und jetzt kommt der geilste Straßenkünstler, den ich jemals gesehen habe. Ungefähr, geschätzte 95 Jahre alt. Traumhafte Stimme, geile Kleidung. Ich bin hier auf der Straße und ich bin hier auf der Straße und ich bin hier auf der Straße.